Alwania Alwania ist eine Stadt in der polnischen Wollwotschaft Kleinpolen am Rande des Krakau-Częstochauer-Juras nördlich der Weichsel an der Regulka. Die Stadt liegt im historischen Kleinpolen an der Grenze zu den historischen Regionen Oberschlesien. Anreise Minipipe-Symbol Franziskuskirche Minipipe-Symbol Marktplatz Minipipe-Symbol Holzhaus, heute im Freilichtmuseum. Mit dem Flugzeug der nächstgelegene internationale Flughafen befindet sich nordwestlich von Krakau an der Autostrade A4. Ein weiterer internationaler Flughafen befinden sich bei Katowice an der Autostrade A1. Mit der Bahn der Ort verfügt über einen Bahnhof, der über Krakau erreichbar ist. Mit dem Bus regelmäßig verkehren Überlandbus nach Krakau und Fernbusse in weitere Städte in der Region. Auf der Straße das Straßennetz ist gut ausgebaut. Von Deutschland führt der A4, die in Polen ebenfalls Autostrade A4 heißt, bis zur Grenze. So dann kann man die Autobahn am Autobahnkreuz mit der Autostrade A1 nach Norden verlassen. Die Stadt liegt an der A4. Aus Süddeutschland und der Schweiz kann man alternativ über Prag fahren. Von Österreich aus fährt man über Brünn und dann ab der polnisch-tschechischen Grenze die Autostrade A1. Mobilität der Ortskern ist gut zu Fuß zu erkunden. Sehenswürdigkeiten Barockes Bernhardiner Kloster Barocke Franziskuskirche Historische Florianskapelle Marktplatz Historische Bürgerhäuser Feuerwehrmuseum Stadtsee Aktivitäten im Sommer ist Wandern und Mountainbiken sehr beliebt. Einkaufen Einkaufsmöglichkeiten sind gegeben. Für das ausgiebige Shoppen empfiehlt sich ein Besuch Katowice. Küche aufgrund der zahlreichen Wälder und Flüsse ist die Regionalküche auf frische Waldfrüchte, Wild und Fisch spezialisiert. Nachtleben zum Feiern empfiehlt sich ein Besuch Katowice. Unterkunft im Ort gibt es zahlreiche Hotels, fremden Zimmer und Pensionen. Sicherheit ist es recht sicher. Gesundheit zu allgemeinen Fragen über, Kurleistungen für in Deutschland oder Österreich gesetzlich versicherte, Versorgung mit Apotheken und deutschsprachigen Ärzten Apothekern, siehe Artikel zu Polen. Ausflüge Krakau Trebinia Bütum Rudaslas Kasabertanowskir Gori Pikari-Schlanskir Kurzo Katowice-Latzksepissos Norwierz Brotnikrazi-Borzslavio Cestochowapstchener, siehe Zündpilika og Rosinjek Bukovno. Untertitelung des ZDF für funk, 2017